hallo und herzlich willkommen bei reddog campbell ich bin heute wieder auf die jagd nach dem ticket und heute steeler age mmo strategie das spiel was ich spielen muss erstmal muss ich installieren also ich würde mal sagen dann bist du gleich ich habe es endlich geschafft warum ist mein mikro so laut gibt dein alter ein ach so gibt es mein alter überhaupt wie alt bin ich denn ich glaube ich war 38 also um das spiel zu spielen muss ich jedes mal meine engine ändern ok genau wie bei raid ich weiß nicht warum ich glaube das eine ist ein spiel also raid und das hier ist ab 18 so wie ich gesehen habe die anderen nicht gratis sieht schon mal sehr interessant aus da drücken bauen gratis und jetzt das drücken produktion gratis ist immer gut oder gratis für spiel ist immer gut allgemein ist gratis gut allgemein oder auch wenn man es nicht braucht gratis die musik ist so leise habe ich das gemacht ich muss ein bisschen hören sonst macht das spiel nicht so viel spaß ich habe ein raumschiff fliege geschenke einsammeln ja kein hinweis mehr hier was ich machen soll ja masker ja 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 Bauen, Katis, Katis, noch einmal? Nein, geht nichts, geht nichts, gibt nichts. So, dann machen wir jetzt hier. Bauen, Katis, geht nichts. Kommt jetzt der nächste, wir arbeiten uns von einem Punkt zum anderen Punkt, was ich noch mache, weiß ich nicht, das ist immer gut, erstmal nur bauen, was man bauen kann, geht nichts. Forschungslabor, bauen, Katis, bauen, geht nichts. Oh, kein Geld mehr. Schon pleite, das ging aber schnell. Bankrott. So, dann nehmen wir das hier mal. Oh, ein bisschen Schaft auf Zweifel. Also, der erste geht nicht, der zweite geht nicht, der dritte. Der dritte geht. Erste, zweite, dritte, dann nehmen wir den vierten jetzt. Was soll ich denn hier machen? Oh, geht nichts. Also, Aufträge, oh, cool. Ich krieg ne Punkte dafür. Oh, schon wieder reich. Also, erstmal ausgeben und dann kriegst du die Sachen wieder. Oh, geht nichts. Weiter geht's. Level 2. Ich hab da gerade was gesehen. Muss man den noch... Ah, man muss auch noch anklicken. Also, wenn er fertig ist, muss er erst noch sozusagen die Abnahme machen, dass er fertig ist. Ein bisschen Schaft, da kommen wir noch nicht hin. Flotte. Zwei Leute. Zwei schaffe ich nicht. Nehmen wir erstmal einen. Verteidigung. Eine Minute. Oder drei. Ah, hier oben ist ne 13. Geld, Geld, Geld. Ich hab kein Geld. Hier sind drei. Ich hab immer noch kein Geld. Immer noch kein Geld. Ach. Aber ich habe doch kein Geld. So, Aufträge. Ein, fertig. Noch ein, fertig. Oh, Level 3. Nee. Gratulation. Ich habe was geschenkt bekommen. Ah, Truhe. Anwenden. Zack. Und. Nehmen. Wir nehmen alles. Was? Was haben wir denn hier? Taps Spieler. Ich habe noch zwei Tage und 23 Stunden. Zwei habe ich schon geschafft und eins muss ich noch schaffen. Und da ist der fertig und der fertig. Also mit Krieg muss das ja auch was zu tun haben, weil ich muss Verteidigung bauen. Ich muss Schiffe bauen. Das ist ja nicht nur Baum hier. Da kommt ja noch viel mehr. Aber was? Ich weiß es nicht. VIP. Verbessern. Glatis. Okay, das geht nichts. Was ist denn da? Planeten-Schild. Oh, ich habe es geschafft. Also in drei Tagen läuft mein Schild aus. Und ich schaue noch mal kurz hier, ob ich was ausbauen kann. Verbessern. Da habe ich schon wieder kein Geld mehr. Aufträge annehmen. Also ich muss so schnell wie es geht jetzt meine Basis aufbauen auf dem Planeten. Bis der Schild abläuft. Und da ist das Rot. Und dann geht es mir gut. So geht es mir noch. So geht es mir jetzt noch richtig gut. Aber auch nur. Oh, da. Warte mal. Da. 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 Ach. Es fehlt mir da. Verteidigung. Das. Muss auf 3 sein. Cool. Cool. Okay. Und der muss. Ach. Das. Da komme ich doch lange nicht hin. Ist doch noch viel zu weit weg. Und da. Nein. Das schaffe ich auch nicht. Zu weit weg. Ich denke mal die anderen sind noch weiter weg. Witzige ist. Ich konnte noch nicht meinen Namen vergeben. Wie ich heiße. Ich habe angefangen. Mitten. Irgendwo. Und ich weiß bislang von nichts. Nur dass ich eine Basis aufbauen musste. Ich werde hier gerne. Ach da. Karte. Ich wollte gerade sagen. Kampf machen. Eingreifen. Ich mache mal Angriff damit ich sehe wie das aussieht. Keine Einheiten. Ach so. Ich muss noch Einheiten auswählen. Da ich ja ein Schild habe. Kann ich ja alles los schicken was ich möchte. So. Ah. Ich muss noch eine Minute warten. Aber das ist. Das ist. Ich bin noch gleich fertig. So. Das ist. Das ist. Ich würde sagen. Genauso wie das eine Spiel. Man baut hier sein Dorf auch. Sag ich mal. In dem Fall ist es ein Planet. Und später greifen dich alle an. Weil du nicht bei denen in der Gehle bist. Ach. Und sowas mag ich ja dann wieder überhaupt nicht. Wenn man andauernd angegriffen wird. Und. Dann hat man kein Erz und sowas. Denke ich mir mal. Dass es so ein Spiel ist. Deswegen muss man da in der Gehle rein. Gut. Ich habe daraufhin angegriffen. Das gemacht. Und. Ja. Habe ich das auch schon mal gesehen. Ich würde sagen. Das war es für heute. Ich gehe mal schnell und tue meinen Ticket ab. Ticket ab und. 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 Ticketлично. Ticket eingelöst. Okay. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wie wir beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin viel Spaß und auf ihr sehn. Ciao ciao.